Hallo Leute, ich bin's heute Dominik und ich begrüße euch zu einem ganz kurzen Ankündigungsvideo und zwar werde ich heute Abend Minecraft Livestream, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne vorbeischauen um 21.30 Uhr hier auf meinem YouTube-Kanal wird das Ganze stattfinden ich werde nicht alleine streamen, ich werde mit der guten Alicias Livestream, sie wird auf Twitch streamen ich auf YouTube, könnt ihr gerne mal bei ihr vorbeischauen, macht sehr sehr coole Videos auch um 21.30 Uhr werden wir uns dann zusammen hier sehen und mich würde freuen, wenn ihr ein bisschen einschalten würdet, sowohl bei mir als auch bei ihr bei ihren Followern lassen würdet oder sie abonnieren und bei mir abonnieren also sehen wir uns dann später um 21.30 Uhr, haut rein, bis dann und tschüss